Frühfranzösisch, ja oder nein? Grüezi miteinander, mein Name ist Deborah. Ich bin zweijährig, hochbegabt und Mediensprecherin vom Verein Kleinkinder. Wehrt euch, denn ihr habt das später alles auszubaden. Dankeschön. Wir vom KKWE, D-I-H-D-S-A-A-Z-B sind uns einig, was wir brauchen, ist weder Frühfranzösisch noch Frühenglisch, sondern ein Paradigmenwechsel. Weg vom reduktionistischen Weltbild hin zu einer holistischen Weltaanschauung. Ja, ich sehe, Sie wissen nicht, worum ich spreche. Schade. Die Forschungsergebnisse aus der Quantenphysik, der Systemtheorie und der transpersonalen Psychologie wären ja seit den 80er-Jahren bekannt. Meine Damen und Herren, ich sage das sehr ungern, aber ihr rückständige Weltbild macht sie zu Schildbürger. Man sieht das sehr schön an der Hirnleistung von Herrn Nationalrat Matthias Ebischer, wenn er in der Arena sagt, Englisch lernen die Kinder ja einfach by the way. Das ist natürlich richtig. Weil aber an Herrn Ebischer sein Hirn in 30 Lektionenwochen unterteilt ist, kann er die Erkenntnisse von by the way lernen nicht auf die anderen Schulfächer übertragen. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, ich gehe auf Neuchatel, um eine Gespendung und eine Baumhütte zu bauen. Hä? Ich lernte by the way nicht nur Französisch, sondern gerade auch noch Geografie, Werke, Sozialkompetenz und so weiter und so fort. Und es müeckte mir by the way sogar noch Spass. Aber wer in die Schule das Wunschkonzert hätte, Herr Ebischer gesagt, hätte er als Junge ja nur noch geschuldet. Ja, Herr Ebischer, wer sagt denn, dass Sie als rechten Flügel nicht viel mehr zum Landeszusammenhalt beitragen hätten, weder als linken Nationalrat? Und wenn wir gerade mal bei den linken sind, die auch nicht dran, den Kapitalismus abschaffen wollen, das ist etwa so ein Leerlauf wie zwei Lektionen frühfranzösisch auf der Mittelstufe. Geben Sie es doch einfach mal alle zusammen zu, liebe Erwachsene, dass sie von links bis rechts paralysiert in Zukunft starren, merken, dass keiner von ihren Hebeln greift, aber nicht wollen fühlen, wo es 500 Jahre Kolonialisierung, Aufklärung, westliche Wirtschaftsdominanz, Konkurrenz- und Leistungslenker in den Grittendt. In einen globalen, humanitären und ökologischen Notstand. Meine Damen und Herren, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir alle bei Eintritten in unser Leben über den Sinn für Ethik und Empathie verfügen. Auch sehen wir uns als Angehörige von einer weltumspannenden evolutionären Familie und nicht von einer viersprachigen Alper- und Spätfjess. Leider haben wir aber spätestens nach sechs Jahren Schulbildung vergessen, wer wir eigentlich sind. Die Resolution vom KKWE, DIHD, SA, AZB, lautet darum, über ihre eigene Lebenszeit verfügten Kinder ab sofort selbst. Dankeschön. Applaus